Vater, wir danken dir heute, dass du uns dein Wort gibst. Herr, ich weiß, dass du in jedes Leben jeder Person hier sprechen willst. Und Heiliger Geist, du weißt Bescheid über alle Situationen. Und du bist der Geist der Offenbarung. Und du wendest alles zum Guten durch das Wort Gottes. Wir sind gesegnet und nicht verflucht. Wir sind oben und nicht unten. Wir gehen vorwärts und nicht rückwärts. Und wir sind gesund und nicht krank. Und wir sind reich und nicht arm. Und wir hören die Stimme Gottes. Und du kennst uns. Und wir kennen auch deine Stimme. Und wir kennen auch deine Stimme. Und wir kennen dein Wort. Und wir grow und grow und grow und everything goes forward in our lives. Und wir wachsen und wachsen und wachsen und alles geht vorwärts in unserem Leben. Und wir danken dir, Vater. Für dein Wort, das du uns gegeben hast, um all diese Dinge aufzuschließen, die du uns geschenkt hast. In Jesu Namen beten wir. Amen. Heute möchte ich mit etwas zu lernen beginnen, was für uns brandneu ist als eine Lehrserie, als ein Thema. Es ist für uns nicht wirklich neu. Aber es ist neu für uns bezüglich einer Lehrserie hier an diesem Ort. Als ich im Gebet war, habe ich gesagt, Herr, wir sind jetzt ans Ende gekommen mit Engeln. Ich habe nicht alles gelehrt, was ich wusste, aber ich habe alles gelehrt, wo ich mich geleitet fühlte, es rauszugeben. Wir haben viel mehr über dieses Thema auch in der Bibelschule. Aber der Herr hat jetzt mir aufs Herz gelegt, Lehre über die Liebe. Und als ich über Juszu und Solli nachdachte, und das letzte Mal, als ich in Ungarn war, hatten wir eine Konferenz über die Liebe. Ich kann mich immer noch an diese Konferenz erinnern. The Lord told me, you come here and you tell these people how much I love them. Und der Herr hat mir gesagt, du gehst dorthin und sagst diesen Leuten, wie sehr ich sie liebe. Und wir hatten so viele großartige, gewaltige Dinge, die Gott tat in dieser Zeit. Ich erinnere mich an diese erste Nacht. Wir fuhren nach Ungarn und wir sind in einen Stau reingeraten. Und wir hatten all of these young adults and teenagers. Wir hatten, I don't know, 40, 50 people that were in the service. Also wir hatten dort dann 40 oder 50 Leute im Gottesdienst. Und es waren meistens junge, erwachsene oder Jugendliche. Not a real big group. Keine wirklich große Gruppe. But a good size group for Hungary. Aber eine gute Größe für ungarische Verhältnisse. Und vielleicht 25 Leute von dieser Menschenmenge waren, ja, junge Leute bis in den 20er Jahren, Anfang der 20er. Und sie waren noch nicht errettet. Und hauptsächlich kamen diese Leute, also weil dort was anscheinend geboten sei. Und sie wollten einfach sehen, was da los ist. Aber das ist doch auch okay, denn wir haben die beste Show in der ganzen Stadt. Der Herr zeigt sich, his praises? Achso, der Herr möchte sich offenbaren, dass er gepriesen wird. Und die meisten dieser jungen Leute, die da waren, hatten am Anfang nicht wirklich Interesse an dem, was so los ist. Aber wisst ihr was? Die Liebe wird durchbrechen. Gott möchte, dass Leute erreicht werden. E.W. Kenyon wrote something one time. Und einst hat E.W. Kenyon geschrieben. Er hat geschrieben, wenn die Menschen wirklich wissen, dass wir sie lieben. Dann werden sie auch ihr Herz öffnen. Und sie werden dem zuhören, was wir ihnen zu sagen haben. Liebe ist der Türöffner. Nun, Helga hat hier keine Familie. Und ich sagte ihr, du hast aber jetzt eine Familie hier, die dich liebt. Und du hast eine gute Familie. Und wir sind mit dir. Und sie weiß das auch. Und sie weiß, dass wir sie wirklich lieben. Und sie weiß auch, dass Gott sie liebt. Amen. Und so, wir sind in Ungarn. Und wir predigen. Und Martin war auch dabei. Und all of a sudden, der Heilige Geist fing an sich zu bewegen. Just like he's been moving today. So ähnlich wie er sich auch heute angefangen hat zu bewegen. Und am Anfang, während der Botschaft und auch während der Musik war da jemand, der ständig vorwärts und rückwärts und kreuz und quer gerannt ist, um den Gottesdienst zu stören und zu unterbrechen. Natürlich war das auch eine neue Gruppe und es waren nicht viele Leute, die in Leidenschaft standen. Deswegen ist es auch der Grund dafür, dass wir Ordner entwickeln, damit man mit solchen Situationen umgehen kann. Aber Gott weiß, wie er einen Gottesdienst auch retten kann. Und die Kraft Gottes setzte sich frei. Ein Wort der Erkenntnis begann zu fließen. Und zwei der Leute, die diese Probleme verursachten, wurden komplett geheilt. Im Gottesdienst. Habe ich da recht? Ja, absolut. Es war eine Freundin und ihr Freund. Erinnert ihr euch daran? Diejenigen, die sich vorbereiteten hatten, um eine Polizeiausbildung zu machen. Completely geheilt. Everybody knew about the problem that they had. Und jeder von den anderen Leuten wusste Bescheid über die Probleme, die diese beiden hatten. Und dann wurde noch jemand geheilt. Und dann wurde noch jemand geheilt. Und noch jemand wurde geheilt. Und noch jemand wurde geheilt. Und am Ende dieses Gottesdienstes standen dann schließlich 27 Leute auf und gaben ihr Leben Jesus. Und von diesem Zeitpunkt an, all those young people came and listened to what we had to say. Kamen all diese jungen Leute dann, um wirklich zuzuhören, dem, was wir zu sagen hatten. Und am Sonntag, als wir wieder fahren mussten, sind diese Kinder dargestanden. Und diese jungen Erwachsenen. Und ich werde es nicht vergessen. Jeder von ihnen weinte. Weil ihr Leben sich so dramatisch verändert hat. Als der Herr sagte, Lehre über die Liebe. Hat mir an diesem Morgen jemand einen Link übers Internet geschickt. Und ich dachte mir, ich habe noch nie von dieser Gruppe gehört. Und ich bin ja schon eine Weile aus Amerika raus. und so kenne ich auch nicht all diese Lieder, die dort hochkommen. Aber da war diese Band, die sich Jesus Culture nannte. So that's cool. Und ich dachte mir, wow, das ist doch cool. Und da war dann ein Lied. It's got close to five million hits right now. Maybe it's over that. Und es hat fünf Millionen Klicks. Und vielleicht ist es jetzt auch schon weit mehr geworden mittlerweile. Called Oh How He Loves Me. Und der Titelsong war Oh, wie sehr er mich liebt. And that hit me so deep. Und das hat mich so tief berührt. And these guys can tell you. Und diese Leute können das euch bestätigen. Because we played it over and over the whole weekend. Denn wir haben es das ganze Wochenende immer und immer und immer wieder gespielen lassen. And every time we played that song, I could not stop crying. The love of God hit me so deep in my heart. Und jedes Mal, wenn wir diesen Song spielen ließen, habe ich es nicht anders machen können, als einfach zu weinen, weil die Liebe Gottes mich so tief berührt hat. For two reasons. Aus zwei Gründen. The power of the words. And at the same time watching and sensing the anointing upon the person that was singing the song. Und zur selben Zeit auch die Salbung und die Kraft, die ich wahrnahm und sah auf der Person, die diesen Song auch sang. Fully consumed. Total vereinnahm. With the revelation. Mit der Offenbarung. Of how much God loves us. Church. God loves you. God loves you. God loves you. God loves you. Er liebt dich. You can never say, nobody loves me again. You can never say that. God loves you. Du kannst nie wieder sagen, niemand liebt mich, denn God liebt dich. What more would we want? Was mehr wollen wir denn noch? Than for Father God to be a lover in our lives. Als dass unser Vater, Gott der Vater, ein liebender Vater ist in unserem Leben. And there's nothing you can do to change that. Und da ist nichts, was du tun könntest, das jemals zu verändern. This love is unconditional. Denn diese Liebe ist bedingungslos. How do you know? Wie weißt du das? I thought he just loves me in my good times. What about the bad times? Ich dachte, er liebt mich nur in meinen guten Zeiten. Aber wie steht's denn mit den schlimmen und schlechten? He still loves you. Er liebt dich immer noch. And in the bad times, that love will draw you back. Und in diesen schlechten Zeiten wird diese Liebe dich zurückziehen. Er liebt uns. Er liebt uns. Er liebt uns wirklich. Die Bibel sagt, Die Bibel sagt, Go with me Und geht mit mir mal jetzt In 1. Johannes Kapitel 4. How about being a love church? Wie steht's denn damit, eine Gemeinde der Liebe zu sein? How about being a love church? Was ist denn damit, eine Liebesgemeinde zu sein? How about being a love church? How about being a love church? Was ist damit, eine Gemeinde der Liebe zu sein? Is that a good thing? Ist das etwas Gutes? Do you know what that is? Wisst ihr, was das ist? That's the greatest church. Das ist die größte Gemeinde. That's greater than being a faith church. Das ist größer als eine Glaubensgemeinde zu sein. Größer als eine Hoffnungsgemeinde zu sein. Größer als eine Hoffnungsgemeinde zu sein. Größer als eine Hoffnungsgemeinde zu sein. Größer als eine Lobpreis- und Anbetungsgemeinde zu sein. Die größte Art, eine Gemeinde zu sein, hier in Fürth-Deutschland, ist eine Gemeinde der Liebe zu sein. Amen. 1. Johannes 4. Vers 7. Beliebte. Notice that. Merke hier, erkenne das. Beliebte. Do you know who says that? Wisst ihr, wer das sagt? God says that to you. God sagt das zu dir. This word belongs to us. Dieses Wort gehört uns. God speaks to us through this word. Gott spricht zu uns durch dieses Wort. Do you know how many times this word beloved is used in the New Testament? Wisst ihr, wie oft dieses Wort geliebte im Neuen Testament verwendet wird? Every time you see it, you can say, God loves me, God loves me, God loves me, God loves me, God loves me. Und jedes Mal, wenn du das dann siehst, kannst du sagen, Gott liebt mich, Gott liebt mich, Gott liebt mich. Er liebt mich. Er liebt mich. Beloved. Because he loves us. Because he loves you. Weil er euch, weil er dich liebt. You. Dich. Er liebt dich. Because he loves you. Weil er dich liebt. Er liebt dich. Because God loves you. Weil er dich liebt. You're a lover. Bist du ein Liebender. The greater revelation that you have of God's love toward you, the greater you can let this love flow to others. Je mehr du Offenbarung darüber hast, welche Liebe Gott zu dir hat, desto mehr bist du fähig, auch diese Liebe anderen weiterzugeben. Tell your neighbor. Sag deinem Nachbarn. I am loved. Ich bin geliebt. You are loved. Du bist geliebt. And I'm a lover. Und ich bin ein Liebender. And you're a lover. Und auch du bist ein Liebender. Eine Liebende. Beloved, let us, 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 family, Lasst uns, und wirklich uns, Familie, Let us, Lasst uns, Lasst uns, Let's do something. Lasst uns etwas tun. Somebody do something. Mach mal jemand was. Let us love. Lasst uns lieben. Who? Wen denn? One another. Einander. So who do we love? Also wen lieben wir? We love the person that's next to us, in front of us, behind us, we just love. Wir lieben die Person vor uns, neben uns, hinter uns. Wir lieben uns einfach einander. Everywhere we go, we love. Überall, wo wir hingehen, lieben wir. Say everywhere I go, I love. Sag das mal. Überall, wo ich hingehe, liebe ich. Beloved, let us love one another, for love, love is of God. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe, die Liebe ist aus Gott. Where does this love come from? Woher kommt diese Liebe? This love comes from God. Diese Art Liebe kommt von Gott. The next verse is for God, for God. It doesn't say God has, it says God is. Und der nächste Vers heißt, nicht, dass Gott hat, sondern dass er ist, denn er ist Liebe. Who is God? Wer ist Gott? God is love. Who is God? Wer ist Gott? God is love. Gott is Liebe. Who is love? Wer ist die Liebe? Love is God. Die Liebe ist Gott. Who is God? Wer ist Gott? God is love. God is love. Who is love? Wer ist Liebe? You cannot take the two apart. Du kannst diese beiden nicht voneinander trennen. This is the way we need to see God. God is love. Love is God. Auf diese Weise müssen wir Gott sehen, denn er ist Liebe. Religion destroys. Und Religion zerstört dieses Bild. Und so viele Leute in Deutschland denken, dass Gott sauer auf sie ist. So viele Christen denken, dass wenn alles in Ordnung ist in ihrem Leben, wenn alles glatt läuft, dann liebt Gott sie. Aber wenn sie Fehler machen, wenn sie nicht auf den Weg wandeln, so wie Gott es in allen Bereichen haben will, dann liebt er sie nicht mehr. Und der Teufel kommt dann direkt hinterher und sagt, ja, das stimmt, du hast recht, er liebt dich nicht und das geht auch gar nicht. Aber da ist nichts, was du tun könntest, um Gott zu verändern. Da ist nichts, was du tun könntest, um die Liebe zu verändern. Gott hat nicht Liebe, sondern er ist die Liebe. Das bedeutet, dass er immer Liebe ist, dass er nichts und niemals daran was ändern kann, denn er ist die Liebe und er liebt immer. Ja, aber du weißt doch nicht. Ich weiß, Gott ist Liebe. Und ich weiß, dass du daran auch nichts verändern kannst. Halleluja. Das hier ist das Fundament, Gemeinde. Für Glaube. Das ist das Fundament für Hoffnung. In 1. Korinther 13, in Vers 13, look at this, go over there. In 1. Korinther 13, Vers 13, und geht da mal hin und schaut euch das an. Habt ihr heute eure Jubelschuhe an? Hier heißt es, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei Dinge. Faith, Glaube, Hoffnung und Liebe. Im Prediger steht geschrieben, dass ein dreifolder Kord nicht einfach verbringt. Im Prediger steht geschrieben, dass ein Seil, das aus drei Schnüren besteht, nicht leicht zerrissen werden kann. Wie viele von euch haben denn schon mal, besonders die Ladies, die Haare geflochten? Hast du schon mal drei so Haarstränge genommen und sie ineinander verwoben? Und du kannst sie so haben. Und da ist eine gewisse Anzahl von Strängen, wenn sie getrennt sind. Aber wenn du so wie Helen in ihren Haaren diese Stränge zusammenbringst, es braucht viel Arbeit, so eine Haare zu bekommen, dann ist es viel stärker zusammen. Du bringst diese Stränge in sich zusammen. Und Glaube, Hoffnung und Liebe sind drei Dinge, die zusammenwirksam sind. Glaube ist das Transportmittel, was die Verheißungen Gottes aus dem unsichtbaren Raum in die sichtbare Realität transportiert. Wie viele sind dankbar für Glauben? Das ist der Grund für die Zeugnisse, die wir hatten, Glaube war wirksam. Das ist auch der Grund dafür, dass du in deinem Leben vorwärts gehst und die Dinge Gottes sich manifestieren, wegen deinem Glauben. Und das ist gut, nicht wahr? Und ich habe Helga gesagt, Helga, du beginnst erst zu leben. Und sie ist wie eine Rakete und sie geht auch mit der Bibel schlafen. Solche Art von Christen, die so hungrig nach dem Wort Gottes sind, habe ich beobachtet, wie sie Christen überholt haben in ihrem Wandel, die vielleicht schon seit 20 Jahren errettet waren. Eine Rakete, die vorwärts fliegt. Amen. Amen. Faith. Glaube. Hope. Und Hoffnung. Hope is, hey, there's a future. Hoffnung ist, hey, da ist ja eine Zukunft. Hope is, when you get up, there's a desire to live, because you know God has something for this day. Hoffnung ist, wenn du frühmorgens aufstehst und du weißt, da ist etwas an diesem Tag, was Gott tun will. Und du hast diesen Wunsch, das zu erleben, was Gott tun will. Hope is the first time you heard the healing message. Hoffnung ist das, als du zum ersten Mal von der Heilungsbotschaft gehört hast. And you thought, could this be true? Und du dachtest dir, kann das wirklich wahr sein? Could this really be real? Kann das wirklich echt sein? Will Gott mich wirklich gesund sehen? Und etwas beginnt, sich in deinem Herz aufzubauen, so wie die Frau, über die wir das Zeugnis gaben. Etwas beginnt in unserem Herzen. Da ist wieder Hoffnung, Halleluja. Und Glaube ist wirksam mit Hoffnung. Die Bibel sagt, der Glaube ist die Substanz dessen, der Dinge, für die man hofft. Also du fängst mit Hoffnung an, da ist ein Wunsch zu leben. Da ist ein Wunsch nach Wohlstand. Da ist ein Wunsch danach, Dinge verändert zu sehen. Und Glaube ist dann die Substanz für die Veränderung. Glaube, Hoffnung und Liebe. Und was sagt das Wort? Der Rest des Verses Das heißt, die Größte Jeder sagt mal, das Größte Das Größte Was ist das Größte? Das Größte dieser drei ist die Liebe. Liebe ist größer als Glaube. Warum? Weil Glaube die Liebe braucht. Und in Kürze werde ich euch das auch zeigen, warum das so ist. Hoffnung kommt Hoffnung kommt Hoffnung kommt zu Menschen, die wissen, dass Gott sie liebt. Glaube kommt zu Menschen, die wissen, dass Gott sie liebt. Dass Gott für sie das Beste will. Ist das nicht großartig? Halleluja. In Galatians 5 In Galatians 5 In Galatians 6 You can You can Turn there For just a second Ihr könnt mal Für eine Sekunde In Galatians 5 Vers 6 Reinblättern Wisst ihr, so oft sind Menschen gebunden durch so viele technische oder gesetzliche Dinge Religion verkompliziert so viele Dinge Gemeinde, diese Botschaft ist einfach Dieses Leben ist einfach Es ist einfach Es ist einfach Und der Start ist dabei, das auch so zu sehen Nimm Gott und setze ihn hier in diese Erde Und seht, wie er sich selbst auslebt Er lacht den Teufel aus Der Teufel Diese Situation Diese Sache Das macht Gott doch überhaupt nichts aus Bam Boom Gone Weg No fear God is here Keine Angst Gott ist hier And this big, loving, father, awesome, gewaltig, mighty, super, God is in you Can you say all that? Könnt ihr das alles auch sagen? Dieser mächtige, gewaltige, lebende Vater Dieser Gott, dieser wunderbare Er lebt in dir In you In euch Hello Er ist da und ruft Hallo Hier ist Gott Hier ist der Heilige Geist Ich war in deinen Händen In deinen Füßen In deinem Bauch In every part of your being I'm there Hello Überall in deinem Sein bin ich drin Ich bin die Liebe I'm love I'm here Ich bin hier I'm here Ich bin hier Love is here Liebe ist hier Love is here Die Liebe ist hier Say this Love is here Sag das Die Liebe ist hier Who's here? Wer ist hier drin? God is here God is here Who's here? Wer ist hier drin? Love is here Die Liebe ist hier drin Oh, nobody loves me Oh, niemand liebt mich God is here Gott is here God is here God is here God is here Love is here Die Liebe ist hier drin Amen Amen Galatians 5, 6 Galatians 5, 6 Christus Jesus hat Weder Beschneidung Noch Unbeschnitten Sein Irgendeine Kraft Und da war ein großer Streit Oder ist teilweise noch Zwischen den Leuten Die für die Beschneidung sind Und die die gegen sind Und ich weiß nicht Was sie rausfinden wollen Aber wie auch immer Verrückt Aber Aber Faith Aber Glaube Faith Glaube Welcher Works by love Der durch Liebe wirksam ist So how's faith gonna work? Also wie wird Glaube wirksam sein? Faith has to have love Glaube muss die Liebe beinhalten Den Glauben Den du lernst Auch anzuwenden Darin zu wandeln Dafür dass dieser Glaube Und dieser Gott Der in dir ist Und wirksam sein soll Da muss auch die Liebe sein Die damit einher geht Das ist das Fundament Also was ist das Größte? Tell your neighbor love Sag deinem Nachbarn mal Die Liebe Halleluja Love Die Liebe Go to 1 John 3 And verse 1 This 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 verse I'm telling you Will change Your life Und geht mal zu 1. Johannes Kapitel 4 Vers 3 3 1 John 3 3 Vers 1 meine ich 1 John 3 1 Johannes 3 Vers 1 Alright Close your eyes Just for a second Okay Schließt mal jeder von euch Für eine Sekunde die Augen In English It says Behold Im Englischen heißt es Seht Erkennt And The way Martin Translated Is so much better Than the word Behold And so wie Martin Es übersetzt hat Ist es so viel besser Als das englische Wort Behold Sometimes the German words Are stronger than the English Manchmal sind die deutschen Wörter noch stärker Als die englischen The word Behold Means to see Das Wort Behold Bedeutet eigentlich Zu sehen Means to get a revelation Bedeutet Offenbarung zu erhalten God doesn't want you Just to hear Something he wants you To see Gott möchte nicht nur Dass du etwas hörst Sondern er möchte Dass du es siehst If I say dog You don't say Okay D-O-G Wenn ich das Wort Hund ausspreche Oder dog Im englischen Dann siehst du nicht Diese Buchstaben If you say dog To me Wenn du zu mir Hund sagst You know what I'm gonna think Weißt du was ich dann denke I'll think about This little white thing That goes like this In the morning Dann denke ich Über Paul nach Dem Hund Der sich schüttelt Am Morgen And we talked about On Wednesday night Shake it off Und wir haben auch Am Mittwoch darüber Gelehrt Schüttel es ab This word Of God Was made To paint Pictures in you You see yourself Healed You see yourself Putting your hand To something And it prospering You see yourself Opening your mouth And people listen To what you have to say And receiving Jesus You see it Und du siehst dich selbst Wie du deinen Mund öffnest Und zu Leuten kommst Damit sie Jesus empfangen Durch das Was du ihnen sagst Du siehst das We see the move of God In this nation We see multitudes Of people Coming to Jesus Wir sehen die Bewegung Gottes in dieser Nation Und Menschenmengen Zu Jesus kommen We see it Wir sehen es This is what's so powerful When people get New songs Das ist das kraftvolle Daran Wenn Leute Neue Lieder bekommen Gotti's been Giving us Some new songs And there's more To come Halleluja Gotti hat uns Ein paar neue Lieder Gegeben Und da kommen Noch mehr Do you have any idea What happens To somebody That writes a song By the inspiration Of the holy ghost Habt ihr irgendeine Ahnung Davon was Jemandem passiert Der ein Lied schreibt Durch die Inspiration Des heiligen Geistes They're not just Putting nice little words Together From the innermost Being of their heart Sondern von ihrem Innersten Aus ihrem Herzen The holy spirit Has unlocked something I'm talking about Anointed songs Da hat der heilige Geist Dinge freigesetzt Und ich spreche hier Von gesalbten Liedern And they're not just Singing words It's coming out With power They can see it When they sing it Und sie singen Dann nicht einfach Nur platte Worte Sondern sie singen Das mit Kraft Und sie sehen Das was sie singen Hallelujah That's the difference Das ist der Unterschied And that's revelation Und das ist Offenbarung Behold See John writes Behold See it Johannes schreibt Erkenn es See es Er sah es Als Johannes das schrieb Hat er es durch die Inspiration Des heiligen Geistes Auch gesehen Und er hat wirklich Bekümmert um diese Gemeinde Geschrieben zu ihr Dass sie es erkennt Dass sie es wirklich erkennt Kannst du es sehen Kannst du es sehen Ja Kannst du es sehen Ich kann es sehen Ich habe meinen Übersetzer Martin gefragt Siehst du diese Dinge Kannst du etwas sehen Helga Siehst du es Birgit Siehst du es Miriam 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 Siehst du es Miriam Siehst du es Siehst du es Gott möchte Gott möchte Dass wir es sehen Und er hat viel Von seiner Liebe Für uns Dass wir es sehen Hört euch das an Und schließt mal eure Augen Und seht Was geschrieben steht Seht Welch eine Liebe Der Vater zu uns hat Dass wir genannt würden Söhne Gottes Kommt mal Gemeinde Gott Out of his love Calls you His Kid Gott Aus seiner Liebe Heraus Nennt dich Sein Kind I'm a child Ich bin ein Kind Gottes I'm a son Of God Ich bin ein Sohn Gottes I'm a daughter Of God Ich bin eine Tochter Gottes Yeah I'm a daughter The word says son I'm a daughter Nun ich bin eine Tochter Und das Wort spricht aber vom Sohn But you have The spirit of the son In you Holy Spirit Aber du hast den Geist des Sohnes In dir Den heiligen Geist And so you There are Son Sons Here And Son Daughters Hallelujah Also sind hier Sohn Söhne Vorhanden Und Sohn Töchter Isn't that great Ist das nicht großartig God Calls His Sons God Nennt uns Seine Söhne Now let me give you this From the Amplified Lass mir Folgendes aus der Erweiterten Bibel Übersetzung Geben Listen to this Hört euch das an Behold what Incredible Quality Seht Was für eine Unglaubliche Qualität Behold what Gewaltig Außerirdische Große Gewaltig Qualität Put all those Good words That you can think of In German In there Seht was für eine Überirdisch Gigantische Welche großartige Welche tiefe Welche große Qualität Von Liebe And it's not And it's not It's not Fake Und es ist auch Nicht übertrieben Oder gefälscht Last night Gestern Nacht Jeremy found This stone Hat Jeremy Hat Jeremy Diesen Stein gefunden And looked Like a diamond Der aussah Wie ein Diamant It's about This big Er war ungefähr So groß And I Remember And I Erinner Mich When Raphaela Found That I'm not Kidding It's about This big And you Look at That You Think Wow There's a Lot of Value There Da Is Ein Großer Wert Dabei And And when We Found It You Know We Scratched It On Something Cause You Know You Hear Diamonds Cut Glass And Wir Haben Es Als Wir Es Gefunden Haben Also Irgendwo Rauf Gedrückt Denn Wir Wissen Ja Dass Diamanten Auch Glas Schneiden And We Called Birgit Up And Maybe We Found A Diamant And Of course In Germany If Find Something Like That You Gotta Turn It Into The Police And I Think They Hold For Six Months And Then If Nobody Claims It It It's Yours And That's A Good The Police Abgeben Or To Phone Bureau And Then Is It Six Law Too Amen So We're Thinking About This And Before We Go Turn It Into The Police We Want To Know If This Thing Is Real Because It Passed The Scratchy Test But There's More Tests Than That That Was Only Phase One So We Took It To The Jeweler And We Watched Him Because We Wanted To Make Sure He Was Going To Switch Out On Us And He Comes Out Of That Room With That Microscope Glass And He's Looking And He Leans And He Just Kind of Smiles Like This And He Leans So And He Leans So And He Said Oh Well It's A Zirconian Stone Praise The Lord Just One Of Those Fake A Fake Stone It Looks Like Diamond But It's Not Shade We Ask him He Said Well If That Was A Real Diamond How Much Would It Be Worth And We Haben Then Trotzdem gefragt Wenn Das Ein Echter Diamant gewesen Wäre Wie Vivo Wäre Dann Das Wert Und Er Sagte Uns Na Ja 30 Tausend Das Ist Nicht Unglaubliche Qualität Wenn dieses Ding aber perfekt gewesen wäre Und das macht seinen Wert aus Ein perfekter Diamant, je perfekter, desto höher ist der Wert Je höher der Goldgehalt, desto höher auch der Wert Je höher der Goldgehalt, desto höher ist auch der Wert Und lasst uns jetzt über diesen Vers nachdenken, wo es steht Seht, welche unglaubliche Qualität Erkennst du wirklich, dass durch Jesus Christ du ein Sohn Gottes geworden bist? Und Gott hat das bewerkstelligen können durch diese gigantische Qualität seiner Liebe Sag mir nicht, dass er dich nicht liebt Sag mir nicht, dass er nicht für dich ist, denn er ist für dich und er liebt dich Das hier ist das Fundament Wenn Gott es durch uns möglich gemacht hätte Uns als unwürdigen, stinkenden, verrottenden, schlimmen, schlechten Sündern Ein Sohn zu werden Dann kannst du hier einfügen And this is where you start Da beginnst This is where you start Da beginnst du You start Du fängst da an Your love growth Deine Liebe wächst You start You start where your life Step by step The messer comes And takes the selfishness out And the selfishness out And the selfishness Cut, cut, cut Du fängst da an, wo das Messer kommt Und die Selbstsucht rausschneidet Dieses Messer der Liebe Schneidet die Selbstsucht raus Du gehst eventuell in den nächsten paar Wochen durch ein paar so Phasen, wo geschnitten wird Und sag deinem Nachbarn mal, das ist gut für dich Because we're all growing Denn wir wachsen alle Amen Amen This love Diese Liebe Baut Baut This love Heals Diese Liebe baut auf und diese Liebe heilt This love Diese Liebe Is not offended Is not offended This love Will Come into its place Wird an ihren Platz kommen This love Diese Liebe Will support other people to come into their place Wird andere Leute unterstützen und dabei helfen, an ihren Platz zu kommen This love will be patient Diese Liebe wird geduldig sein This love Diese Liebe Doesn't quit Gibt nicht auf This love Diese Liebe Will correct Wird korrigieren This love Will take the correction Wird Die korrektur auch annehmen This love Diese Liebe Will bring the best Wird das beste bringen The best Das beste Tell your neighbor the best Sagt deinem Nachbarn Das beste This love Diese Liebe Diese Liebe Will build powerful churches Diese Liebe Wird kraftvolle Gemeinden This love Will build powerful leadership Diese Liebe Wird kraftvolle Leidenschaft hervorbringen This love Will be the eye opener The door opener For the rivers To flow Diese Liebe Wird der Augenöffner Und der Türöffner sein Für diese Ströme Dass sie fließen Diese Liebe Diese Liebe Will be a foundation Wird ein Fundament sein Like a rock For faith Wie ein Fels Für den Glauben Because you say I know This belongs to me Because I know My father Loves me Denn du wirst sagen Ich weiß Das gehört mir Zu mir Denn mein Vater Liebt mich I know That God Will move On the lives Of my family members Ich weiß Dass Gott sich An den Mitgliedern Meiner Familie Erweisen wird Because I know He loves them Denn ich weiß Er liebt sie I'm not saying That everybody In the world Is going to change But I can say One thing You and I Can keep The switch Of faith On So that God Constantly Is working Ich sage damit Nicht Dass Gott Jeden in der Welt So verändert Aber ich sage damit Dass wir den Glaubensschalter Anlassen Dass Gott Konstant dabei ist Zu wirken Diese Liebe Ist langmütig Diese Liebe Kann es aushalten Wenn jemand Wenn jemand etwas Gegen dich sagt That is against What you believe Oder etwas sagt Gegen das Was du glaubst Es wird dich Dafür abhalten Dass du ausgenockt wirst Und manchmal wird es Aber auch Dinge Raustreiben Denn diese Liebe Ist auch nicht Schwächlich Jesus Jesus Used it in the temple Hat es im Tempel Angewandt Jesus Jesus Used it with the prostitute Hat das mit den Prostituierten angewandt Mit den Homosexuellen Hat er Begegnungen Mit Homosexuellen Natürlich Hast du jemals Dieses Wort Im Griechischen Für unrein Betrachtet Wo geschrieben steht Dass der Herr Unreine Geister Ausgetrieben hat Da ist die Tatsächliche Bedeutung Dass er einen Geist der Homosexuellität Ausgetrieben hat Er war da Um die Menschen Freizusetzen Um Männer wirklich zu Männern zu machen Und Frauen Und set people free Von the confusion Und Menschen Freizusetzen Von Verwirrung Das ist es Was diese Liebe Tut Du kannst also sagen Ich bin eine Frau Und Gott liebt mich Als eine Frau Ich bin ein Mann Und Gott liebt mich Als ein Mann Diese Liebe Will go into These nations Where women Are pushed down And can't be Anything but Slaves Und it'll set Them free Halleluja Diese Liebe Wird in Nationen reingehen Wo Frauen Unterdrückt werden Und wo sie Nichts anderes Sein können Als einfach Nur Sklaven Diese Liebe The Bible Says For God So love The world Die Bibel Sagt So sehr Liebte Gott Die Welt Think about it We're gonna close With this verse Jesus in heaven The perfect place No problems Love 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 Jesus im Himmel Der perfekte Platz Überhaupt nichts Böses Und Schlimmes Liebe 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 Aber das Wort Sagt For God So love The world Denn so sehr Hat Gott Die Welt Geliebt Diese Welt That was Loaded with Darkness And sin And perversion And people That didn't want Anything to do With God Die Feuer War mit Dunkelheit Und Perversion Und Sünde Mit Menschen Die nichts mit Gott zu tun Haben wollten Und alles War gegen ihn Keiner der Menschen Die um Jesus Damals herum waren Hatte einen Geist In sich Der für Jesus War Nicht mal die Jünger Die um Jesus Rum waren Hatten einen Gerechten Geist In sich Bis nach der Kreuzigung Das ist es Wo Jesus Reinkam Warum Das ist der Grund Warum er die Kranken Halte Oder was die Kranken Halte Er kam an einen Rauen Ort Manche Leute Wollen einfach Die einfachen Orte Und Dinge Aber die Liebe Geht an die Schwierigen Dinge Die Liebe Kann damit umgehen Sag deinem Nachbarn Mal Die Liebe Kann mit Schwierigen Orten Umgehen Für God So sehr hat Gott Die Welt Geliebt Dass es seinen Eingeborenen Sohn Gab Er sagte Son Go down There Er sagte Sohn Geh da runter Was Son Go down There Geh da runter Why Warum But you know Jesus Jesus Couldn't say Why Jesus Konnte Nicht So Reden Er konnte Nicht Sagen Warum Denn Love Liebe Doesn't Say Why Weil die Liebe Nicht Warum Sagt Love Just Loves Whether They're Sinners Or They're Saints Love Just Loves Ob sie nun Sünder Oder Heilige Sinnen Die Liebe Liebt Einfach Und die Liebe will immer Gemeinschaft haben Mit dem Objekt Das sie Auch erschaffen Hat Wusstet ihr Dass das der Grund Dafür ist Warum er auch Dich Geschaffen Hat Dass es auch Der Grund Dafür ist Warum er Alles andere Auch Geschaffen Hat Die Hunde Die Giraffen Die Elefanten Alle diese Dinge Die es auch In Kenia Gibt Ich habe Da 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 Und ich Erinnere mich An das erste Mal Als ich am Nairobi Airport War Ich habe Rausgeschaut Und dachte mir Wow Eine Giraffe Aber wir sind Doch hier Nicht im Zoo Wow Wir waren Das Objekt Gott Created Us Gott hat Uns Geschaffen Die Main Get This He Loves You He Loves You He Loves You Der Hauptgrund Wirklich Der Hauptgrund Und erkennt Das wirklich Greift Das Wirklich Der Hauptgrund Dafür Er liebt Dich Er liebt Dich Er liebt Gott Er liebt Gott Liebt Er hat dich Er liebt Er liebt Er hat dich geschaffen Umzulieben Ist das nicht kraftvoll Sebastian Das ist auch der einzige Grund warum du hier herkommst alles andere hat darin sein Fundament um von Gott geliebt zu sein und da gab es Zeiten wo du diese Liebe nicht gespürt hast und es war hart für dich und dein Herz hat weh getan aber jetzt hast du Gott gefunden und du lernst die Liebe und das wird dein ganzes Leben verändern von diesem Fundament lebst du er ist das beste Elternteil und er hilft uns auch mit unseren Eltern wenn die Dinge hart sind er hilft uns und das ist was zu erreichen das Relative von dir das wir für uns gebeten haben Stefan das wird auch den Stefan den Verwandten von dir erreichen irgendwie streckt sich seine Liebe aus nach ihm alles was wir tun ist, dass wir beten und Gott fängt an sich in Liebe auszustrecken und wirkt und zu wirken Vergiss es niemals warum du wirklich hier bist vergiss es nicht und die Liebe wird dir helfen es nicht zu vergessen du bist hier um von Gott geliebt zu sein ich bin hier um geliebt zu sein